Welcome back ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gibt es von mir 5 Tipps, damit du zukünftig deine Uhr richtig trägst. Bevor es aber mit dem Video losgeht, möchte ich noch kurz was sagen. Leute, ich finde es super. Ich persönlich finde es wirklich super, wenn man sich im Leben Ziele steckt, ja. Und wenn das zum Beispiel eine teure Uhr ist, ja, finde ich das mega. Top. Aber Leute, da in der letzten Zeit so viele YouTuber Videos machen und ihre 10.000, 20.000 oder 30.000 Euro Uhr in die Kamera strecken, ja Leute, ich weiß, das bringt Klicks. Aber viele von diesen Leuten halt noch zu Hause bei Mami wohnen oder in der WG wohnen und ihren eigenen Lebensunterhalt noch nicht mal richtig bestreiten können, finde ich persönlich das vollkommen an der Realität vorbei. Deshalb mein Hinweis an dieser Stelle, Leute, schaut zweimal hin, ja, nicht alles, was glänzt, ist gleichzeitig auch Gold. Und das ist No Hate oder so, ganz im Gegenteil. Ich möchte einfach nicht, dass die 16- bis 20-Jährigen, die sich die Videos hier anschauen, denken, dass eine 10.000 oder 20.000 Euro Uhr ein Standard oder ein Muss ist, ja. Das ist es nämlich nicht. Es kommt viel, viel mehr darauf an, dass deine Uhr zu dir passt und zu deinem Style passt und das Ganze muss auch keine 10.000 oder 20.000 Euro kosten. Starten wir mit Tipp Nummer 1, trag die Uhr an der richtigen Seite. Viele von euch werden jetzt fragen, was zur Hölle ist denn die richtige Seite? Und 80% von den Leuten, die jetzt gerade zuschauen, werden wahrscheinlich sagen, links ist die richtige Seite, ja. Das kommt aber nur aus dem Grund, weil der überwiegende Teil der Menschheit Rechtshänder ist. Sprich, man trägt seine Uhr gewöhnlich an der Seite des schwachen Arms, beziehungsweise an der Seite des schwachen Handgelenks. Die meisten Leute sind dementsprechend Rechtshänder, tragen die Uhr dementsprechend links und die Linkshänder sollten die Uhr dementsprechend rechts tragen. Denn wenn du zum Beispiel irgendwelche Sachen trägst oder von A nach B gehst, ja, dann machst du natürlich alles mit deiner starken Hand. Ja, du begrüßt zum Beispiel Leute mit deiner starken Hand, machst Türen auf mit deiner starken Hand und du möchtest natürlich nicht, dass deine Uhr beschädigt wird, ja. Und deshalb ist es sinnvoll, die Uhr am schwachen Handgelenk zu tragen. Und wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, ja, die Uhr an einem Handgelenk zu tragen, dann wirst du die auch immer an dieser Stelle tragen. Tipp Nummer 2, die richtige Uhr zum richtigen Anlass, beziehungsweise Outfit tragen. Die Uhr sollte zum Anlass passen, beziehungsweise mit deinem Outfit harmonieren. Du trägst ja zum Beispiel auch keinen Anzug zum ersten Date, deshalb solltest du dir vorab bewusst machen, okay, was habe ich eigentlich für einen Style, ja, wie sehe ich eigentlich aus, was für Uhren möchte ich gerne tragen und wie passen die zu meinen Outfits und zu meinem Style. Daher Uhren auf jeden Fall bewusst auswählen und ich persönlich kleide mich zum Beispiel überwiegend sportlich elegant und deshalb passen zu mir auch sportlich elegante und minimalistische Uhren. Wie zum Beispiel auch die Uhren von unserem heutigen Sponsor von Nordgreen. Nordgreen ist nämlich eine neue Brand aus Kopenhagen, die Männer- und Frauenuhren mit einem cleanen, schlichten und minimalistischen Design herstellt. Das Gute an den Uhren von Nordgreen ist, dass diese nicht nur hochwertig aussehen, sondern auch gleichzeitig bezahlbar sind. Die Preise der Uhren liegen nämlich zu circa zwischen 180 und 250 Euro pro Uhr. Was ich persönlich auch mega gut finde, ist der Nachhaltigkeitsgedanke von Nordgreen. Denn mit jeder verkauften Uhr wird ein soziales Projekt unterstützt und auf der Rückseite der Uhr ist eine kleine Seriennummer versehen. Und die Seriennummer kannst du dann auf der Website von Nordgreen eingeben und dann kannst du auswählen, welches soziale Projekt unterstützt werden soll. Und nicht nur das, du kannst die Uhren von Nordgreen auch flexibel stylen. Was ich damit meine, ich habe ja eben gesagt, dass die Uhren zu deinem Outfit passen sollen. Und bei Nordgreen hast du die Möglichkeit, die Armbänder auszutauschen. Ich trage jetzt hier zum Beispiel die Philosopher Uhr in Mesh Metal mit einem cleanen Stainless Steel Armband und das passt natürlich super zu diesem Outfit. Jetzt wechsle ich aber das Armband, klipp das Armband ab, mach ein neues Armband, ein Lederarmband in Blau dran und hab eine ganz andere Uhr mit einem ganz anderen Look. Und diese Uhr in diesem Look passt dann auch viel, viel besser zu dem Outfit, was ich da jetzt trage. Also immer dran denken, die Uhren sollten auf jeden Fall zu deinem Outfit passen und sind immer noch Accessoires, die dein Outfit einfach ein bisschen aufwerten. Und wenn du da draußen jetzt klinisch, schlichter, einfache, minimalistische Uhren cool findest, wie zum Beispiel die von Nordgreen, dann bekommst du mit dem Gutscheincode DanielCorte15 15% Rabatt auf den Kauf einer Uhr deiner Wahl bei Nordgreen. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar zur Stelle, wo man die Uhr trägt. Man trägt die Uhr nicht hinter dem Handgelenksknochen, nicht auf dem Handgelenksknochen, sondern ein Stück davor. Ich sehe immer wieder Leute, die zum Beispiel ihre Uhr ganz locker tragen, ja, das sieht überhaupt nicht gut aus, sondern die Uhr muss halt ein Stück vor dem Handgelenksknochen sitzen. Weil da hat man die größtmögliche Bewegungsfreiheit mit der Uhr und das ist einfach am einfachsten und am komfortabelsten. Also nicht nach dem Handgelenksknochen, nicht auf dem Handgelenksknochen, sondern ein Stückchen davor, da sitzt die Uhr genau richtig. Und somit kommen wir auch direkt schon zum nächsten Tipp und zwar zum Fit der Uhr. Also die Uhr muss richtig eingestellt sein. Also nicht die Uhr muss richtig eingestellt sein, also die sollte natürlich auch richtig eingestellt sein, sondern das Armband muss natürlich perfekt eingestellt sein auf deinen Arm. Also wie eben schon gesagt, wenn zum Beispiel das Armband viel zu locker ist, ja, dann baumelt die Uhr unter dem Handgelenksknochen herum. Das sieht gar nicht cool aus, sondern das Armband muss richtig eingestellt sein, damit die Uhr auch an der richtigen Stelle sitzt, also ein Stück vor dem Handgelenksknochen. Also auf jeden Fall die Uhr richtig einstellen lassen, wenn es zum Beispiel ein Stainless Steel Armband ist oder wenn du zum Beispiel ein Lederarmband trägst, mach die Uhr passend fest, damit sie genau dort sitzt, wo sie sitzen soll. Last but not least kommen wir zum letzten Tipp und zwar die Größe der Uhr. Wenn ihr zum Beispiel so ein etwas dickeres Handgelenk habt, ja, wie zum Beispiel ich habe ein etwas dickeres Handgelenk, sehr massives Handgelenk, dann solltet ihr eine größere Uhr tragen zwischen 40 und 42 Millimeter, bietet sich da ganz gut an. Wenn ihr ein etwas zierlicheres Handgelenk habt, ja, oder einen eher dünnen Arm habt, dann würde ich euch eher empfehlen, so Uhren mit der Größe zwischen 38 Millimetern zu wählen. Also achtet beim Kauf auf jeden Fall auf die Größe der Uhr und by the way, die Nordgreen Uhren werden auch immer in zwei verschiedenen Größen angeboten. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt bei Nordgreen eine Uhr kaufen möchtet, achtet beim Kauf auf jeden Fall auf die Größe. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Wondatov. Vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine WhatsApp Nachricht auf mein Community Phone. Die Nummer findest du wie immer in der Infobox. Einfach vor und nach Namen in die Message reinschreiben und vielleicht bist du dann schon beim nächsten Mal dran. So Leute, jetzt bin ich echt mal gespannt. Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, was ihr persönlich so für Uhren tragt. Seid ihr eher bei mir und habt ihr vom Style her eher so sportlich elegante Uhren oder tragt ihr eher richtig große Uhren oder tragt ihr gar keine Uhr? Also ich bin mal gespannt, was ihr da schreibt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, macht auch gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr gerade jemanden kennt, der zum Beispiel gerade eine Uhr sucht, teilt auch gerne das Video mit ihm. Dann kann er 15% sparen beim Kauf einer Nordgreen Uhr. Ich sage bis dahin, macht's gut. Peace out. Ich bin in your words Und ich bin in your words I'm a kick of my love Und I'm a kick of my show I'm never in short I'm never in so fast I'm never in the snow Untertitelung des ZDF, 2020